Eberwurz. Eberwurz ist eine Pflanzengattung, die auch in der Naturheilkunde, in der Pflanzenheilkunde eine bestimmte Rolle spielen. Eberwurz hat zwei verschiedene Arten in Mitteleuropa. Es gibt die Silberdistel und die Golddistel. Die Silberdistel wird als stengellose Eberwurz bezeichnet und die Golddistel wird als gemeine Eberwurz bezeichnet. Eberwurzen sind einjährige Pflanzen, manchmal auch ausdauernde Pflanzen mit distelartigem Aussehen. Die Silberdistel ist heute geschützt und darf in Mitteleuropa nicht gesammelt werden. Früher wurde der Wurzelstock in der Volksheilkunde verwendet als Schweiß- und hantreibendes Mittel. Die Silberwurz wurde auch verwendet als Potenzmittel für Männer. Es heißt damals zum Beispiel im Mittelalter, dass schwangere Frauen die Eberwurz nicht verwenden sollen. Es heißt, dass Knaben in der Pubertät die Wurzel ein Jahr lang essen sollen und dann würden sie die Kraft dreier Männer gewinnen und diese Kraft bis zu ihrem 40. Jahr hinaus behalten. Man legte auch die Silberdistel, also die Eberwurzpferden in den Stall, damit diese brünstig werden. Man hat auch die Eberwurz gegessen, um Geherzschmerzen zu beseitigen. Paracelsus hat ein Werk geschrieben, nämlich Herbarrius und bezeichnete die Eberwurz auch als englische Distel. Und dort heißt es auch, dass man dadurch eine besondere Kraft bekommen kann. Also Eberwurz, ein Distel, insbesondere Silberdistel oder Golddistel, die in früheren Zeiten in der Pflanzenheilkunde verwendet wurde, heute allerdings nicht mehr verwendet wird. Vielleicht noch eine Anmerkung, manchmal wird auch Eberreis als Eberwurz bezeichnet und Eberreis wird auch bezeichnet als Eberraute und das ist ein Mittel, um neue Kraft, Appetit und Körpergewicht zu bekommen und Eberraute wird auch heute in der Naturheilkunde weiterverwendet.